Brückwörter, Center of the Cage. Gentlemen, Main Event, 3 Rounds, 5 Minuten. You both know the rules, listen to my command. Protect yourself at all times, make it a good match. Shake hands if you want, stay back to your corner. Ei, 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 wir kommen zum Main Event. Ich bin gespannt, was passieren wird. Let's go. Ich darf darauf hinweisen, dass das Filmen untersagt ist. Und wir starten direkt ins Main Event. Hier gibt es noch ein Shake Hands, was Mulik gerne annimmt. Arbeitet direkt hier mit einem Sidekick, versucht die Distanz zu finden. Und Koray wartet auf seinen Moment. Steht schön tief. Und der direkte Kick unter das Knie, das landet auch. Wahnsinn. Koray versucht sich hier das Single Leg zu holen. Kriegt ihn hier fast sogar hoch. Smulik natürlich auch riesig. Total kraftvoll. Das macht es für Cengiz eigentlich nur schwerer, ihn zum Boden zu bringen. Kassiert hier aber starke Ellbogen. Und Cengiz muss da rauskommen aus der Position. Und wenn Smulik hier fast das Bein holt. Und Cengiz hier den Uppercut holt. Jetzt lösen sie sich wieder. Oh, eine schöne Hand. Smulik muss ja auch passen, nicht auch einen Konter zu fressen. Denn Cengiz ist der Dampf in den Fäusten. Oh, sehr kraftvoller Turn hier. Schöne Sweep. Aber Michael dreht ihn gleich wieder mit. Wahnsinn. Er legt immer wieder zu. Cordain nimmt brutal viel. Das ist das Ground-A-Point. Und ich muss sagen, das überzeugt mich kennengenau. Hammer. Er ist raus. Er ist raus. Wahnsinn. In unserem Main-Event haben wir eine Entscheidung. Der Referee stoppt diese Begegnung in Runde 1. Sieger durch TKO. Michael Smulik. Michael Smulik. Yan von ganz 후. ibenor. Sahaja wholen. Du bist Base. Die Das istucha Bing Chrimus. Soo Du bist Diaz noch. throw aberoung danke. Du bist today. anga. Dasselain die Sing. 事entral пог szczep很有 scaphrase.